Was geht ab Leute und damit erstmal herzlich willkommen zu diesem neuen Projekt, das werde ich euch heute mal vorstellen. Und ihr habt es schon im Video gesehen, das Ganze hört auf den Namen 101 Sunday. Und der Name ist natürlich auch Programm. In diesem neuen Projekt wird es wirklich nur um 101 gehen. Das Besondere ist, dass nicht ich spiele, sondern dass ihr hier spielen müsst. Das Ganze ist ein Community Projekt, wo ihr sozusagen, also die Community unter sich gegeneinander spielt. Und das jeden Sonntag, es wird, wenn das Ganze gut ankommt, wenn ihr das so haben wollt, jeden Sonntag ein 101 Match geben, wo ihr sozusagen gegen andere Leute aus der Community spielen dürft. Und ich würde sagen, das hier ist das erste Testspit, das lassen wir jetzt mal so im Hintergrund laufen. Da werde ich gleich auch noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Kommen wir erstmal dazu, für alle, die es interessiert, wie man hier mitmachen kann, worauf man da achten muss. Und das ist an sich ganz einfach. Ihr müsst dafür wirklich nur auf die Regeln achten. Die Regeln sind einmal, dass natürlich vorab, es dürfen PC und PS4-Spieler mitmachen. Das ist ganz klar. Bevor da wieder Fragen kommen, das ist vollkommen egal, ob ihr im PC spielt oder in der PS4. Ich öffne dann den Raum und ihr könnt dann ganz einfach beitreten. Wichtig dafür ist nur, dass ihr in 101 mindestens Platin 1 seid, damit die Spiele wirklich auch ein bisschen spannend sind. Und zweitens ist es wichtig, dass ihr sonntags Zeit habt. Wir haben das extra 101 Sunday genannt, weil wir haben einen Tag genommen, den Sonntag, wo eigentlich jeder an sich Zeit hat. Wo vor allen Dingen wir dafür Zeit haben. Und deswegen solltet ihr, bevor ihr euch hier anmeldet, bevor ihr sagt, okay, wir wollen mitmachen, solltet ihr gucken, dass ihr sonntags im Zeitraum von 16 bis 18 Uhr Zeit habt. Und dann spielen könnt, denn dann wäre auch die Aufnahme in diesem Zeitraum. Und das Ganze könnt ihr euch dann mit eurem Gegner nochmal genauer besprechen. Und ja, wenn ihr dabei sein wollt, schreibt einfach unter dieses Video, Hashtag dabei. Und dann werde ich immer einen von euch auslosen, der dann gegen jemand anderen spielt. Vorab wird das erstmal unter dem Video laufen. Aber es wird auch noch auf Discord einen Server geben, wo ihr euch dann speziell eintragen könnt. Und wo ich euch da nochmal privat anschreibe, wenn ihr ausgewählt worden seid. So einfach ist das Ganze an sich. Ich hoffe natürlich, dass ihr da Bock drauf habt, dass ihr sagt, komm, da mache ich gerne mit. Wird, denke ich, mal interessant. Und man darf natürlich auch, wenn man in einem Match gewonnen hat, es wird immer ein Best of Free sein. Kann man sagen, okay, ich möchte das nächste Mal nochmal antreten. Möchte meinen Rang hier verteidigen. Möchte der Sieger bleiben. Dann darf man in der nächsten Woche gegen einen neuen Herausforderer spielen. Und kann gucken, wie lang seine Siegesträhne bleiben wird. Ich finde es auf jeden Fall sehr cool. Hab da echt Bock drauf. Und bin natürlich gespannt, was ihr dazu sagt. So, also ich habe das gerade ganz kurz mal erklärt, worum es in diesem Projekt geht. One on One Sunday, wie gesagt. Die Community spielt untereinander gegen sich. Wird, denke ich mal, sehr spannend. Und wenn ihr da Bock drauf habt, wie gesagt, einfach Hashtag dabei unter das Video, wenn ihr mindestens Platin 1 in One on One seid. Und sonntags von 14 bis 18 Uhr Zeit habt. Äh, von 16 bis 18 Uhr, sorry. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn da Unterstützung kommt, lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Wir haben uns heute mal gedacht, als kleines Testmatch, lassen wir mal Metze und Assassine gegeneinander spielen. Und, ja, ich konzentriere mich jetzt einfach mal aufs Spiel. So, schönes Dribbling. Nice. Da hat einer nicht ganz aufgepasst. Ich hätte jetzt gesagt, ich spiele an dieser Stelle, aber... Ähm, Leute, die schon länger zu wissen... Zu wissen, ich bin voll in Form, ihr merkt das. Äh, ich hatte heute einen stressigen Tag, also sorry, wenn ich mich hier mehrmals verspreche. Auch noch erstmal an alle, die zugucken. Frohe Oster natürlich nochmal. Ähm, kommen wir mal wieder zurück zum Thema. Also, ich würde hier ja auch gerne spielen an dieser Stelle. Nur, alle, die schon länger zugucken, die wissen ja, ich bin in 101 echt eine Legende. Nichts. Also, ich habe wirklich, glaube ich, in meiner ganzen Rocket League Karriere, wenn man das denn so nennen kann, habe ich vielleicht zwei, drei Spiele 101 gemacht. Und das wirklich auch nur ausfallen. Ich mag es an sich nicht spielen, obwohl ich es sehr gerne sehe. Weil, ich finde, es ist immer spannend. Da kann einiges bei rauskommen. Es kann sich ein Spiel nochmal komplett wenden. Und ist einfach spannend, finde ich. Nur spielen mag ich selber nicht, weil ich wirklich ein Teamplayer bin. Also, ich gebe gerne Pässe, spiele einfach gerne im Team, am liebsten 3 vs. 3. Und deswegen spiele ich den Mond nicht so gerne. Aber wie gesagt, zugucken tue ich da sehr gerne. Hoffen natürlich, dass es bei euch auch so ist. Auch, dass ihr es gerne spielt, denn dann könnt ihr hier natürlich dabei sein. Da, ja, da hat er echt gedacht, er hat zu viel Zeit. Wollte sich noch schön einen Boost holen. Wobei er einfach schon unter dem Ball durchgefallen ist. Er hätte eigentlich nur warten müssen. Naja, auf jeden Fall, was ich angesprochen hatte. Wenn ihr hier gegen euren Gegner gewonnen habt, dann seid ihr sozusagen der Sieger. Und könnt, wenn ihr es wollt, sagen, okay, ich möchte der Sieger bleiben. Ich trete nächsten Sonntag nochmal an. Und könnt dann natürlich versuchen, euren, sag ich mal, Platz zu verteidigen. Sozusagen der Erste bleiben, der Sieger. Und das kann immer so weitergehen. Je nachdem, wie oft ihr gewinnen könnt. Da hat er ihn schön weggekickt. Also ganz einfach gesagt, seid ihr der Sieger, könnt ihr sagen, ich trete nächste Woche nochmal an. Wir gucken, ob ich nochmal gewinnen kann. Und dann können wir das natürlich gerne so machen. Wird, glaube ich, auch ganz interessant, wie lange dann jemand, der wirklich gut ist, sozusagen der Sieger bleiben kann. Ob dann nicht jemand kommt und sagt, nee, komm, den machen wir jetzt fertig. Wird auf jeden Fall ein sehr interessantes Projekt. Was macht er da? Das war auf jeden Fall ein sehr riskanter Plan, falls es der Plan war. Sind aber heute beide noch nicht eingespielt. Wir sehen gerade wirklich das erste Spiel von den beiden. Deswegen wird das, denke ich, nochmal so eine kleine Aufwärmrunde. Aber ich denke mal, heute, um das Projekt so vorzustellen, dürfte das reichen. Vielleicht machen die beiden dann ja nochmal ein 101, wenn sie eingespielt sind. Aber 2 zu 3, 3 Minuten noch zu spielen, da ist auf jeden Fall noch einiges aufzuholen. Wenn er sich denn nicht wieder zu viel Zeit lässt. Falls ihr natürlich irgendwelche Fragen zum Projekt habt, sagt, ich habe das und das nicht verstanden oder würde da einfach mal gerne genauer wissen, worauf ich da achten muss oder irgendwas dazu, schreibt es einfach gerne in die Kommentare. Ich beantworte euch das natürlich sofort, wenn ich Zeit habe, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Und ich hoffe an sich erstmal, dass das Ganze gut ankommt. Denn bis jetzt war es ja so, dass in den Videos eigentlich immer nur ich zu sehen bin. Ohne, deswegen dachte ich mir aber, was mit der Community machen, haben wir zwar selten Zeit für, aber wenn, kann man das natürlich bringen. Haben wir vor allen Dingen Lust zu. Ist immer sehr schön, was mit euch zu machen. Dann halt 101. So, der intensivste Mode an sich. Das war knapp. Könnt auf jeden Fall gerne mal eure Meinung dazu da lassen. Ich hatte mir auch überlegt, dass ich immer so zwischen den beiden mit der Kamera so ein bisschen hin und her switche. Damit das nicht nur von oben gezeigt wird, sondern damit man auch mal die Spieler an sich sieht. Was ich gerade beim Metz merke, ist, dass er ein bisschen zu offensiv ist. Alles klar, das war knapp. Ist ein bisschen zu offensiv unterwegs. Ja, und halt einfach noch nicht eingespielt, was man glaube ich sieht. Alles klar, die Parade. Aber schön, wenn er sich da noch mal neben ihn gestellt hat. 2 zu 4 ist trotzdem noch aufzuholen. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass die beiden das hier wirklich gerade ernst sind. Ich glaube, die verarschen sich gerade so ein bisschen gegenseitig. und da hat er schon mal das 3 zu 4. 50 Sekunden ungefähr noch für ein Tor. Ist möglich, aber kann natürlich auch gerade dann, wenn man sagt, okay, ich muss jetzt auch ein Tor machen, kann das natürlich schnell mal so sein, dass man dann nicht mehr trifft. Den kann er sich holen. Wenn er den macht, ist er der heiliggrößte Tryharder der Welt. Nein, Spaß. So, 4 zu 4 aufgeholt hat er auf jeden Fall noch. Ich glaube, er wollte da noch ein schönes, ja, er wollte noch einen schönen Move machen, war aber ein bisschen zu schnell und hat das Dribblen verkackt. Das Dribblen, sagen wir schon, das Twiften. So, mal gucken, wer das jetzt hier gewinnen wird, auf jeden Fall. Kann man bis jetzt sagen, auch wenn sie es nicht ganz ernst genommen haben. Nein, komm, den macht er nicht und wir haben wahrscheinlich einen Sieger. Wir haben aber noch 30 Sekunden zu spielen. Ich bin mal gespannt. Aber es ist trotzdem bis jetzt ein ganz spannendes Spiel und ich hoffe natürlich, dass die Matches, die dann noch kommen, wo ihr spielt, dass die auch richtig spannend werden. Kann ich mir auch gut vorstellen. Lass mich da auf jeden Fall mal überraschen. Jetzt muss er aufpassen. Ein Tor wäre möglich, wenn er jetzt die Gelegenheit ausnutzt. Ja. Schön reagiert. 5 zu 5. Gucken, ob hier in den nächsten 10 Sekunden noch ein 6 zu 6 aus wird. Letzten 5 Sekunden. Alles klar, Nachspielzeit. So, let's go. Mal gucken, wer gewinnt. Wer kann sich das erste Spiel sozusagen vom ersten 101 Sunday wer wird der erste Sieger sein? Und es könnte durchaus sein, falls Astrazine sagt, er wird nächsten Sonntag nochmal spielen, weil er gewonnen hat, dass ihr nächsten Sonntag gegen ihn spielen werdet. Wer weiß. Muss mal gucken. Weil das heute eigentlich nur ein Testspiel sein sollte. Da ich halt Gameplay brauchte und nicht schlecht. das macht er nicht. nicht. Er macht es nicht. Da wollte er wohl nicht der Tryharder des Tages sein, obwohl er es ruhig hätte machen können, weil man hier natürlich Tryharden darf. ist ja so eine Art Wettbewerb. Trotzdem war ihm das dann wohl doch zu viel. Wobei ich mir bei Metzo vorstellen könnte, dass er gleich mit allem, was er halt einfach hier durchraßt und sich den Sieg holen will. So kennen wir ihn und so wird er das vielleicht auch machen. wieder sehr offensiv und er hatte den Ball nicht sicher. Er spielt heute ein bisschen leichtsinnig, muss ich sagen. Wobei er jetzt... Nein, okay, er will auch nicht Tryharden. Das wird nichts. Der geht rein. Der wird hundertprozentig reingehen. Und wir haben den Sieger, Leute. Er hat extra noch gewartet. Wir haben den Sieger. Assassiner hat den ersten 101 Sunday gewonnen. Lasst es auf jeden Fall mal eure Meinung zum Projekt da. Ich würde mich sehr freuen, wenn da Leute Lust haben mitzumachen. Wie gesagt, Hashtag dabei, wenn ihr sonntags von 16 bis 18 Uhr Zeit habt, mindestens Platin in 101 seid. Und da würde ich sagen, freue ich mich auf euch. Haut rein, bis zum nächsten Mal natürlich und ciao.